Jo Leute, lang ist es her, dass ein Video auf meinen Kanal kam, aber ein Zuschauer hat mir eine Nachricht geschickt von wegen, er habe einen Minecraft Server gefunden, auf den schreckliche Dinge vor sich gehen und ich würde sagen, wir gucken da jetzt einfach mal rein, das wird übel cool oder so Wow, also wir sehen schon, die asiatischen Schriftzeichen kommen sehr gefährlich dazu das Herobrine Profilbild, das Server Profilbild ich habe Angst, ich zitter, wirklich läuft's, ich zitter, ich habe Angst aber, ich muss das machen, der Zuschauer hat gesagt, er hat Angst und er kann nicht mehr schlafen seitdem dieser Server aufgetaucht ist und das ist meine Aufgabe ist, da jetzt zu gucken und nach dem Rechten zu gucken, deswegen gucken wir jetzt einfach rein So, wir sind jetzt hier auf dem Server, es regnet, es ist dunkel, es ist Nacht, es ist nix da Okay, hier ist ein Pfad Ich denke mal, da muss ich lang Ich habe schon ein bisschen Angst, bin ich ehrlich schon ein bisschen Jungs Für das, was ich hier mache 5 5 Likes oder es gibt keine Videos mehr 5 Das ist schon gruselig so mit den Effekten und alles, das ist gruselig Was machst du hier? Oh mein Gott Was mache ich hier? Ich weiß es selber nicht Ich habe Angst Man sieht es mir an Ich habe Angst, wirklich Jungs, ich habe Angst Was ist das denn? Blut? Köpfe? Wurden hier etwa Kinder ermordet? Oder noch schlimmer Misshandelt? Was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Ich kann das nicht Wer ist er? Und warum dreht er sich? Oh mein Gott, da hängt ein Kopf vor dem Baum Was ist hier los? Ich möchte nicht mehr Oh mein Gott, das ist der Langte Oh mein Gott Ich habe so Angst, ey Ich gucke jetzt, was da oben vor sich geht, Jungs Bitte 5 Likes 5 Ich mache das nicht mehr Wer bist du, bitte? Wer ist er? Warum springt er und dreht sich? Warum ist hier überall Blut? Och Mann Was ist das? Ein Seht ihr das, was ich sehe? Ein Hebel? Ein Hebel? Oh Gott Ich werde ihn drücken Raus hier! Ich gehe ganz schnell raus Wir sind weg, Jungs Wir sind sowas von weg Ich muss rein da, ne? Ich muss da jetzt rein Ich muss rein da Ich muss Leute Ich gehe da jetzt rein Ist mir egal, ich gehe da jetzt rein Ey, für 5 Likes gehe ich da rein Es hat sich eine Luke geöffnet, Jungs Ich habe ein bisschen Schiss, ne? Ich habe ein bisschen Schiss Hinter mir! Wer ist hinter mir? Ich gehe da rein! AAAAAAAAAA ARD Text im Auftrag von Funk